Das Licht strömt weiter in deinen Mentalkörper. Das Licht der Sonne, das kristalline Licht der Urquelle. Du wirst gereinigt in dem Spiral strahlendem weißen Licht und in dem goldenen Licht der Sonne. Und spüre, wie all deine Gedanken sich klären, wie dein Geist frei wird. Frei und empfänglich für die Weisheit des Lichters. Und lass dich durchströmen und aufladen. Spüre das Fließen und das Kreisen. 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 Und spüre das Fließen des goldenen Lichtes und das kristallinen Lichtes in deinem Herzen, wie sie sich vereinen und wie sich aus der Mitte deines Herzens dein Lichtkörper entfaltet. und dein Herz sich in der dreifältigen Flammen harmonisiert. Männlich, weiblich, weiblich, kindlich. Ich spüre die göttliche Liebe, das göttliche Licht und den göttlichen Schutz in dir. Spüre die göttliche Liebe, das göttliche Licht und den göttlichen Schutz in dir. Sprech zu sein, haben wir Fõ Report. Sprech zu sein, wer den Todes. Sprech zu sein. Sprech zu sein, Sprech zu sein, werten und Again, organisations haben ungefährlich. Mit Adventures in dir sogar noch so. Daher flexibility wird die Erdeómoh metallic Gssl zu sein. Musik